ja moin leute herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal ich begrüße euch zurück ich zu einer weiteren folge ich glaube inzwischen der zehnten folge kommentare kommentieren und genau sage viel spaß beim video und bleibt bis zum ende dran unter dem video wie ein video von mir entsteht behind the scenes hatte hans dampf kommentiert ein aufklärerischer blick hinter die kulisse der die fassade zerbröckeln lässt und den video ersteller demaskiert danke für den kommentar ich fand es einfach mal interessant euch zu zeigen wie sozusagen ein video von mir entsteht ich denke das wird zumindest im schnitt bei den meisten creator video creator genau so sein die vermutlich ähnlich sein die vermutlich anderen das gleich andere programme nutzen als ich was es da alles gibt von adobe oder von apple i movie oder die bessere version von imovie sozusagen und genau ich wollte euch einfach mal zeigen vielleicht wenn ich noch mal ein anderes video programm benutzen sollte mache ich es dann noch mal mal schauen dann hatte hans dampf und nochmals kommentiert nämlich unter dem video frohe weihnachten und hat er gefragt warst du dieses jahr auch artig herr fabian das war sozusagen noch im jahr 2009 ich denke ich war im jahr 2009 artig und genau dann hat es unter dem video kommentare kommentieren 8 zwei kommentare gegeben einmal von coco jambo der kommentiert hat sehr gut prinzessin und einmal hans dampf heißt das weibstück alice weidel oder alice weidel na also heißt halt so wie der name geschrieben wird alles alice weidel genau dann hatte inspiring couple unter frohes neues jahr und danke für 2019 geschrieben hey fabian wir wünschen dir für 2020 auch das beste ganz viel glück gesundheit und noch mehr erfolg als im vorher allerbeste grüße ja danke die grüße gehen natürlich an euch zurück und ja und auch ich wünsche euch natürlich auch mehr erfolg als dieses jahr ich muss sagen ich hatte für mich eigentlich dieses jahr schon ein relativ erfolgreiches jahr ich habe sozusagen meine abonnentenanzahl mehr als verdoppelt ich hatte anfang 2019 ende 2018 anfang 2019 um die 18 19 vielleicht 20 abonnenten und habe jetzt am ende des jahrs 2019 50 abonnenten und point getroffen das war dann sozusagen gegen ende auch mein ziel 50 abonnenten sind 2019 noch zu erreichen und ich euch echt mega dankbar bin und genau und dann inspirieren kappe natürlich wünsche ich euch auch das beste nur das beste für 2020 und dann hat noch mal kokoyambo unter dem wie meiner besprechung von tim marshalls buch im namen der flagge die macht politischer symbole geschrieben und beziehungsweise kommentiert fabian ich liebe dich ja vielen dank dafür und wir sehen uns sozusagen ja bei einem nächsten video in der nächsten woche am nächsten freitag ich wünsche euch jetzt ein schönes wochenende einen schönen start ins wochenende start den schönen start in die neue woche und ja vergesst nicht kostenlos zu abonnieren vielleicht auch zu kommentieren und mir vielleicht auch noch ein like einen daumen hoch zu setzen eine bewertung dazu lassen und ich verabschiede mich jetzt bis nächstes wochenende bis nächsten freitag auf jeden fall zu einem weiteren video hier und genau bis dahin macht's gut und haut rein